Musik Ich bin einer von drei Personalreferenten bei uns im Haus. Ich bin zuständig für Vertragsangelegenheiten, für Recruiting, unter anderem natürlich auch für die Präsentation unseres Unternehmens, wie hier auf der Karrierestadt. Wir suchen Altenpfleger und Gesundheits- und Krankenpfleger. Wir haben uns ja auf die Intensivpflege spezialisiert, wo eine solche Ausbildung vonnöten ist. Und ich freue mich sehr, dass ich vorhin ein Gespräch führen könnte, ein sehr interessantes Gespräch mit einer Krankenschwester, die zurzeit stationär arbeitet. Und wenn man nicht zufrieden ist. Auf eine Herzensangelegenheit möchte ich natürlich noch zurückkommen. Unser Beerenstarkes Zuhause, das ist ein neues Projekt vom Pflegedienst Nicole Tobias mit Kooperation von dem Intensivpflegedienst Beerenstark. Es soll ein liebevolles Zuhause sein, wo wir die Kinder medizinisch betreuen, wo wir die Kinder pädagogisch betreuen und wo sie bis zum 18. Lebensjahr bei uns bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.